Wir befinden uns hier in Esslingen-Blinsau-Straße. Alarmiert wurden wir zu einem Wohnungsbrand. Die Lage vor Ort war, dass durch die Feuerwehr eine Person aus der Brandwohnung uns entgegengebracht wurde, die schon bereits zu diesem Moment leblos war und direkt am Einsatzort verstorben war. Im Einsatz sonst im Gebäude waren vier Betroffene, Beteiligte, die rettungsdienstlich medizinisch nicht versorgt werden mussten, aber aufgrund der kalten Witterung eben im Warmen bei uns hinten Fahrzeugen betreut worden sind. Hier vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter. Die Betroffenen können im Anschluss nach den Nachlöscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren und sind somit versorgt.